Und bei uns geht es weiter mit Musik, mit richtig guter Musik und das nicht nur von zu Hause aus, vom Wohnzimmer aus oder wo auch immer Sie sind, sondern auch mal unterwegs. Zum Beispiel jetzt, wo man viel draußen auch ist, im Garten, Balkon, Terrasse, auch da will man natürlich auf Musik nicht verzichten. Ich bin jemand, ich brauche immer Musik. Das fängt schon morgens beim Aufstehen an. Allerdings brauche ich gute Musik und auch gerne mal unterwegs. Denn das ist sogar wissenschaftlich belegt, dass Musik uns glücklich macht. Schauen Sie mal, die Wirkung von Musik auf unser Gehirn. Dann liegt es daran, dass einige Areale deines Gehirns beim Hören von Musik stärker durchblutet werden und Dopamin ausgeschüttet wird. Schüttet das Gehirn den Bodenstoff Dopamin aus, fühlen wir uns glücklich und motiviert. Bei Messungen waren die Menge des ausgeschütteten Dopamins beim Hören von Musik wesentlich höher als normal. Und ich glaube, dieses glückliche Gefühl, das kann jeder gebrauchen, macht es so glücklich wie die Schokolade. Und vor allen Dingen ist es ein toller, toller Klang. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe Ihnen zwei super tolle Musikanlagen mitgebracht. Eine Akku betrieben und die andere für die nächste Gartenparty. Und anfangen tun wir hier mit unserer ersten mobilen Akkumusikanlage. Und Sie sehen es auch schon, die ist sehr schön handlich, hier oben sogar mit so einem kleinen Griff. Und schauen Sie mal an einen Finger, ohne Probleme jederzeit mitzunehmen. Und der Akku ist auf voller Leistung. Das heißt natürlich auch hier sehr, sehr schön zu bedienen. Wir können diese sogar als Mikrofonanschluss nutzen, denn die kann man sogar für Karaoke-Funktionen nehmen. Das heißt, wenn Sie vielleicht noch eine schöne Karaoke-CD haben, können Sie die einfach auch hier letztendlich mal mit hinein machen. Und dann kann man natürlich machen. Ich kann sehr gut singen. Ja, also das macht schon wirklich Spaß. Also ich habe letztens erst sehr nette Komplimente bekommen, dass ich eine sehr schöne Gesangsstimme habe. Und ich war nicht da. Und du warst nicht da, ja. Aber das kommt vielleicht auch noch das andere Mal. Das Schöne ist natürlich auch hier nochmal farbwechslende Lautsprecher-Beleuchtungen. Wir haben eine Media-Player-Funktion von USB-Stick und sogar SD-Karte kann ich abspielen. Ich kann natürlich mein Bluetooth-fähiges Gerät, mit wo meine Musik drauf gespeichert ist, natürlich auch sofort einmal speichern. Wir haben ein UKW-Radio mit Speicherplatz für bis zu 15 Sender. Und eben habe ich es ja gesagt, einfach mal so eine Karaoke-CD mit einlegen. Dann können Sie nämlich auch hier im CD-Player diese CD einfach mal ohne Probleme super bedienen. Und Sie sehen es, ganz, ganz einfache Bedienung. Sie sehen es schon hier. Ich starte jetzt einmal hier unsere Anlage. Sofort sieht man natürlich auch hier diese Lichteffekte, die natürlich hier anfangen zu leuchten. Und das ist gerade mal Minimum. Das denkt man jetzt nicht bei der Anlage. Ich drehe jetzt mal ganz kurz richtig laut auf. Boah, da bekommt man ja gleich Lust auf eine Gartenparty, oder? Cool, ein Cocktail in der Hand. Und selbst der Bass kommt, ja. Selbst der Bass ist mit dieser Anlage für Sie sofort mit dabei. Und das geht natürlich super einfach zu bedienen. Man hat hier ein sehr schönes Touchfeld. Ich kann das Ganze natürlich zusätzlich auch noch per Fernbedienung bedienen, denn die ist natürlich auch noch im Lieferumfang mit enthalten. Und dann können Sie hier sofort loslegen. Bei der nächsten Party. Oder wenn Sie mal an den Strand gehen wieder, an den Badesieg gehen. Nicht mehr nur diese kleinen MP3-Players mitnehmen. Nehmen Sie einfach hier Ihre mobile Akkumusikanlage mit. Akku bedeutet übrigens ganz einfach per USB wieder aufladen. Und dann können Sie das natürlich hier perfekt einfach mit bedienen. Sie sehen, schöne Einstellmöglichkeit. Eben hatte ich auch noch mal das Thema Mikrofonanschluss angesprochen. Die Lautstärke können Sie zum Beispiel über das zweite Rad ohne Probleme mit bedienen. Und jetzt sehen Sie auch gleich hier diese Lichteffekte, die natürlich einfach auch diese Anlage hier ganz klar mit für Sie macht. Und ich muss immer wieder sagen, ich hätte es nie gedacht, wo ich das Produkt das erste Mal in den Händen halte, habe ich gedacht, naja, das ist so eine Standardradio. Aber wo ich dann wirklich mal die Musik auf volle Leistung aufgedreht habe, damit kann ich die nächste Gartenparty ohne Probleme wirklich mal mit toller Musik unterstützen. Ja, das ist der Hammer. Auch mit dieser Beleuchtung. Es sieht ultra schick aus. Der Klang ist wirklich phänomenal. Und liebe Großeltern, wenn Sie mal Ihren Enkelkindern was Tolles schenken wollen, womit man wirklich beeindruckt, ja, das ist der Hammer. Vor allem, man muss sich mal vorstellen, für 35,10 Euro diese coole Partyanlage, mit der man eben seine Lieblingsmusik dann auch hören kann, ja. Also Radio ist natürlich auch schön, wenn man das kann. Aber hier viel cooler mit USB-Stick. Ich kann es streamen. Ich höre endlich meine Lieblingsmusik. Das finde ich persönlich sogar noch cooler. Ja, das ist eine richtig tolle Möglichkeit. Vielleicht auch einfach mal, wenn man irgendwo ist, natürlich auch mal seine andere Lieblingsmusik zu hören. Wo mir es jetzt einfach auch noch einfällt, viele Autokinos haben ja jetzt mit aufgemacht. Und da wir ein UKW-Radio haben, müssen Sie nicht Ihr Auto auf Dauerbetrieb laufen lassen und die Batterie verbrauchen. Nehmen Sie einfach hier Ihre Akkumusikanlage letztendlich mit ins Auto hinein. Können natürlich auch hier jeden Radiosender über UKW mit empfangen. Bis zu 15 Sendeplätze kann man natürlich speichern. Und dadurch, dass es akkubetrieben ist, geht es sogar noch nicht mal auf die Autobatterie. Und vor allen Dingen der Preis ist unschlagbar. Mit 35,10 Euro kommt diese tolle Partyanlage zu Ihnen nach Hause. Und das ist doch wirklich die Portion gute Laune. Ganz ehrlich, wenn du immer diese tollen Musikanlagen vorstellst, ich kann mich eigentlich kaum noch auf dem Sessel halten. Am liebsten will man da wirklich loslegen und tanzen, weil es ist einfach eine tolle Anlage mit tollem Klang. Da seien Sie bitte ganz schnell mit der Bestellnummer ZX1608 und der 569 auch schön, dass Sie es wirklich überall einsetzen können. Und wir steigern uns sogar noch ein wenig in dem Klang. Und das ist absolut meine Lieblingsanlage, weil damit kann man so ein bisschen angeben, wie ich finde. Ja, und vor allem aufgrund der großen Nachfrage, weil wir die immer bei unseren Powerpacks präsentieren, haben wir uns gedacht, präsentieren wir Ihnen die natürlich jetzt auch mal wieder. Denn das ist diese Anlage, die Ihnen einfach mal als 2-in-1-Stereo-Party-Anlage jetzt natürlich hier mit zur Verfügung steht. Sie sehen schon schönes Design, schön modern mit diesen großen Lautsprecheröffnungen, also dass man natürlich auch hier wieder was sieht. Und auch hier sehen Sie es sofort, wenn ich einmal anschalte, haben wir immer so eine schöne Partybeleuchtung in diesem blauen Modus. Was ich sehr, sehr toll hier an dieser Anlage finde, ist, sie redet mit einem. Also sie kommuniziert mit dir, sobald ich jetzt einmal hier drücke, next song. Also der nächste Song geht sofort dann einfach mal auch hier wieder mit hinein. Und Sie sehen es ja wirklich, auch hier wieder volle Leistung. Wir sprechen hier übrigens von 100 Watt Spitzenleistung, also wirklich auf richtig, richtig hoher Kapazität. Und das Ganze natürlich auch hier für Sie mit einer tollen, tollen Klangqualität. Und auch hier drehe ich mal ganz kurz richtig laut auf. Hören Sie das? Also das ist so, das erinnert mich auch so ein bisschen an so einen DJ-Mitspult. Also wenn du jetzt hier so ein bisschen, das macht richtig Spaß. Also wenn man da so ein bisschen bei seiner nächsten Party das natürlich mit nutzen möchte. Übrigens auch diese kann man sehr, sehr schön nutzen, um seine eigenen Gesangskünste zum Beispiel direkt aufzunehmen. Wir haben nämlich zwei Mikrofoneingänge auch noch hier im Gerät verarbeitet. Wir haben eine Echo-Funktion für den Sound. Dann hört sich das wirklich letztendlich so ein bisschen an wie in so einer Konzerthalle. Waren Sie schon mal in so einer Konzerthalle? Die sind ja immer extra so gebaut, dass der Sound ja auch in jede Richtung natürlich auch mitgeht. Und das können Sie natürlich auch hier in dieser Anlage haben. Sie können Ihre Lieblingsmusik per Bluetooth, per USB, per SG-Karte, per Line-In oder sogar per Radio hören. Sie haben eine schöne blaue Disco-LED-Beleuchtung und ganz einfache Steuerung. Entweder hier oben über diese sechs Tasten oder natürlich gerne auch per Fernbedienung. Und dann kann die nächste Party sofort starten. Ja, aber sowas von. Also gerade jetzt, wo wir eben nicht mehr so viel verreißen können, da ist es doch schön, wenn wir uns zu Hause wenigstens gemütlich machen können. Und eine Party ohne Musik ist für mich keine Party und für Sie vielleicht auch. Und es muss ja nicht immer nur die Partymusik sein, ja. Es kann natürlich auch etwas sanftere Klänge sein. Egal, was Sie hören, das ist doch wirklich eine tolle, tolle Anlage. Das ist eine richtig tolle Anlage. Und vor allem für den Preis, 75,95 Euro, muss ich ganz klar sagen, ich habe solche Anlagen schon locker mal so für 120, 130, 150 Euro gesehen. Ihr großer Vorteil jetzt natürlich hier, sich diese ganz klar mit zu sichern. Ich muss Ihnen immer wieder eins sagen, Musik macht einfach glücklich. Ob das Ihre Erinnerungsmusik ist aus der Kindheit, ob das vielleicht Ihr Hochzeitslied ist oder ob Sie vielleicht auch, ja, sich befreit haben von etwas und daraus einen schönen Song entwickelt haben. Musik macht uns einfach glücklich. Musik schafft auch immer wieder Erinnerungen. Erinnerungen so vielleicht an die erste große Liebe, wo man vielleicht auf den Abschlussball das erste Mal getanzt hat. Und wenn ich das dann jetzt noch draußen sogar mit benutzen kann mit unserer 2 in 1 Stereo Party Anlage, machen Sie alles richtig. Und die Bestellnummer ist die ZX 1672 und die 569. Und ob Sie jetzt Radio hören oder Ihre Lieblingsmusik, auch gerne abends auf Balkon oder Terrasse, damit ist es doch umso schöner. Optisch ein lecker Bissen, aber natürlich auch ein Highlight in puncto Sound. Und ich würde sagen, du machst ein bisschen lauter. Wir drehen noch mal ein bisschen auf. Musik 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 Musik